Mit einer PV-Anlage wird aus Sonnenenergie nachhaltig Strom erzeugt. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern man kann damit auch bis zu 70 Prozent des eigenen Strombedarfs decken. Dabei senkt man nicht nur die Stromkosten, sondern man schützt sich auch langfristig vor den Preiserhöhungen am Markt. Zusätzlich bekommt man eine Vergütung durch die Einspeisung des Reststroms. Untertitelung des ZDF für funk, 2017